Wer dem Schreinermeister Franz Wundlechner und seinem Team bei der Arbeit zusieht, hat sofort ein gutes Gefühl. Die wissen genau, was sie tun. Der Betrieb aus Langen Neufnach ist auf die Herstellung, Reparatur und Nachrüstung von Holz- und Holzalufenstern nach Aspekten des Energiesparens und der Einbruchshemmung spezialisiert. Mit dem Sanierfix-Patent, das der Profi exklusiv in seiner Region anbietet, werden Fenster ohne Mauerbeschädigung aus- und eingebaut. Er wird preiswert, sorgenlos und sofort wieder nutzbar. Darüber hinaus stellt der Betrieb auch Wintergärten her. Egal welche Leistung Sie in Anspruch nehmen, alle Produkte sind maßgeschneidert, wobei der Chef stets selbst ausmisst und auch Sonderlösungen erarbeitet. Bei der Montage ist entweder er oder sein Sohn vor Ort. Informieren Sie sich über das Unternehmen, das auch von der Kriminalpolizei als Sicherheitsnachrüster empfohlen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017